Hey, ich bin Basti, ich bin Künstler aus dem Schwarzwald und ich arbeite gerade an dem dritten Bild meiner Elefantenserie. Ich lieb's einfach Elefanten zu malen, ich mag diese große, gewaltige Statur mit dem sanften Blick. Und als ich angefangen hab zu malen, hatte ich eigentlich keinen Plan, ich hab einfach rumprobiert und dadurch meine eigenen Techniken rausgefunden. Und heute hab ich eigentlich immer noch keinen Plan, aber ich lieb's einfach zu malen. Und wenn's euch gefällt, dann schaut gern wieder vorbei.